2.012 Markus und Markus werden nach Berlin gesandt Lass uns doch mal über das Christentum wieder reden Lass uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden Wie oft machen wir denn das? Luther Stockbeutel für 2 Euro Luther Poster für 1,50 Euro Martin Luther Christ für 4,95 Euro 19,99 Euro Eine Zinnfigur Luther 10 cm hoch Glaube in blindem Vertrauen an die christliche Botschaft Credo quia absurdum Esse Menschen Fleisch Ihr seid nur unsere Freunde wenn ihr tut was wir befehlen Und wenn jemand zu euch kommt der nicht an uns glaubt und grüßt den nicht und nehmt den nicht mit uns raus Medial verstärkt so bewirren sie uns auf Bild-Zeitungsniveau Du hast nur ein Leben Daher nimm dir was du kriegen kannst Das sanfte Licht im finsteren Raum war technisch gänzlich unerklärlich Und Magarich sah, dass das Licht gut war Und freihet ein Diener Markus aus den verborgenen Fesseln Das bösen Schuld und bösen beladene Kinder Sogenannte Erbsschuldkinder Der Apolisius Josef Erzinger hielt sich zur Tagzeit am 25.09.2011 in Freiburg im Preisgau auf Und leitet einen Amtsgottesdienst angemeldet Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020